ich hätte auch gern mehr zeug aktuell der schutzraum morgen er wollte ich nicht weil ich oder der winz zum schlafen gehabt ein paar brennbare teile von bisschen kräuter finden es gibt Ich habe schon schon jopa gekla. Wer ist? Wer ist? Wer ist? Du bist überhaupt in Ordnung? Der Arendter ist, der in der связi geht. Wie ist es? Wie ist es, Herr Hemenuk? Ich bin hier ein bisschen. Ich bin, dass du dir alles interessiert. Ich hoffe, dass du das so gut ist. Ich hoffe, dass du das so gut ist, wie du es warst. Ich bin sehr gut. Du bist du? Du bist in der Kursche? Lass, wir gehen. Anton und Oliver sind Sie? Anton, ihn verletzten. Ja. Er war wirklich ein guter Mann. Vielleicht sogar zu viel. Ich fühle mich, dass meine letzte Zigarette ihn verletzt hat. Ich denke. Was hast du mir auch geholfen? Ich habe die Basis von den Nahr. Und wenn du nicht nimmst? Ja, ich weiß nicht, dass du nicht bei diesen Dingen bist. Ich werde dir erzählen, wie es eigentlich passiert ist. Es muss jeder Möglichkeit auf den Nahr. Okay, ich bin in der Sache. Das ist von uns. Geh auf den Ort, in der Komplexe Dugi. Ich bin in der Nähe. Okay, machen wir dann sofort. Einen Moment. – So. – So. mit mir ja du schluss und ich hörte michael ich bin 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 Aber die Idee nach Pagosti-Tnaar ist sehr gut. Wir verlieren Zeit. Er ist ein soziopat. Er信? Nein. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht mit ihm will. Er ist nur von diesem Grund. Und jetzt hat er von ihm mehr головной болi, als пользe. S andererseits, dass du etwas interessantes findest. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Es ist zu riesig. Es ist besser über ihn. Ich denke, dass ich alles probiere. Und schauen, wie es geht. Ich empfehle mich nicht. Ich weiß nicht. Er macht sich so, als ob es in der Nacht kakaien schlägt. Vielen Dank für deine wunderschöne Worte. Aber wir werden uns jetzt wieder zurück in die Diskussion. Gut. Wir machen jetzt auch noch diese eine Mission. Dann machen wir auch vor der Feier. Ähm. Das Wetter in Chernobyl ist jeden Tag anders. Das Regen verschluckt deine Geräusche und Nebel verhindert die Sicht deiner Gegner. Kannst du deinen Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und pass deine Ausrüstung an die Gegebenheit an bevor du dich auf meine Mission begibst. Wir brauchen einen Trink bei deinem Lebensmittel. Am besten haben wir beide Lebensmittel. Bei ihm ist das gar nicht gut. Also ich meine 30% ist das einzig was gut sein könnte. Versuchen wir es. Aber jetzt die eine müssen wir machen. Die eine müssen wir machen das noch und dann war ja auch vor der Feierabend. Muss er nicht übertreiben. So mal gucken ob wir dann heute Abend noch weiter machen. Nachmittag. Ja wo wir jetzt mal auch schon waren. Aber hier diese Person. Mal schön gucken. Nach Sachen die wir gebrauchen können. Ich bin ein schönes Löffel. Ich bin ein schönes Löffel. Ich bin ein schönes Löffel. was ist denn grün wahrscheinlich so ein Ort wo dann nachher die Gasmasker brauchen vermute ich jetzt mal gut so noch Eiger ja ja dann und und bis man mich bis man die bis man die bis man die bis 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 Ich hoffe, dass du dich schützt. Soll ich ihn retten? Nein. blickst du meinst du musst du meinst du hast du da stelle der niveau brust du nirgends im jasb jala ohne stahlse ist der unterstuhl ja bei google nachdenken bei dem grieche schilder gut mit mir ich glaube ich habe das richtig gemacht eine bräume in der gegend der freundige und umgucken hier dazu in das haus oder typ stand der händen menschen jetzt mal probieren wartet das typ hier das haus mit eine frage will ich in der rein hier komme ich nicht aber die türklinge ich würde mir jetzt einfach immer von 2000 zu ich bin ein großer Basar in Tegeraan eine europäische Jarmarka in Warschau eine Taxim in Istanbul wo ich nur noch nie war, Freund, was ich nur noch nie gesehen habe ich bin nicht sicher, aber ich muss fragen wie ein bezüglicher Pripät kann sich mit solchen starken Bereichen wenn es gibt, dann kann ich ein предложение ich bin der Atlant, der die Hände ich bin der Putin Trump und Gates Putin, Trump und Gates Stil Jobs Ja, 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 ja natürlich Na, ja, 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 ja aber der Barter mich auch noch will, du willst, du willst? Du willst, du willst? Du willst, du willst? Natürlich, ich bin viel zu viel mir viel zu viel Okay Okay Und ich war 30 Jahre Oh, sorry, 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 Freund Frau, ich hatte noch nicht auch schon Ent Idiot Und Bewusstsein Das ist Tohreire ich glaube ganz ehrlich beim nächsten mal dieser grusel aspekt wieder viel höher weil wir dann nachts draußen und ich werde das mit euch ein general wie kurslauf leiter militäroperationen betreffend wir halten hier mit voller autorität professor bei der eindämmung der krisis zu schützen müssen sie alle nötigen mittel einschließlich tödliche gewalt alle militärischen kapazitäten stehen zu ihrer verfügung können gern grundsätzlich können gern zusätzlichen finanzmittel anfordern um alle ausgaben sowie die kostenmögliche kollateralschäden auszudecken einige elemente müssen um jeden fall neutralisiert werden unsere hauptanlage muss funktionsfähig bleiben immer noch aus forschung zu tschern überlegt ist unsere oberste priorität alle was überlegungen sind zweitrangig erstens verzogt hier gut ich habe mir gerade sogar einen richtig wichtigen hinweis gefunden ja nicht von 2 1 immer hier in den schrank kommen wir nicht ran ok kommen wir müssen weiter noch das was dann noch war das war jetzt halt hinterm haus und dann noch personen so aber da an sich weiß nichts mehr das ist da ganz hinten irgendwo aber dabei radioaktiv da konntest du noch nicht hingehen boah komm wir gehen in den zug rein ja ich weiß dass man mit dem akten gegenständen aber das was da war jetzt nichts sonst mehr ihr könnt gerne mal machen oder du siehst hier ist so an sich jetzt nichts mehr wo man gibt sich und meine tech aha warte mal wer zeigt mir doch noch was an richtig farmen gehen wir das will ich ja auch na so Untertitelung. BR 2018 Oh Aber ich habe noch ein paar Gegenstände gefunden Ich habe noch nicht das alles, was ich wollte, aber kommen wir jetzt schon 9,3 brennbare Teile Können wir anfangen Alkohol Erhält seine Stimmung und hält seine Psyche Das war die Psyche, ne, warte mal, komm Gehen wir uns das mal Jawoll Ich muss in welche Rechnung? Ich hoffe jetzt noch ein bisschen weitergehen Ich muss immer einen Durchgang geben Oh Ich glaube ich habe ihn gefunden Würde ich hin, das ist eine andere Frage Geht da was? Ist das etwas, was da steht? Ne, ne? Ne Jetzt haben wir schon mal Essensrutzung gefunden wieder Ich hoffe mal, dass Oliver das auch überlebt hat Drücken mir mal die Daumen Geht hier was? War ein bisschen spät, tut mir leid Jo, der Exter Ich habe niemals die Fritte gesammelt Kommt mir gleich Oh, der hat schon hier was gefunden Sehr schön Der Rush durch, ne Eigentlich nicht So, jetzt will ich mal gucken Ähm Ähm Eigentlich will ich jetzt nur ins Bett Heute zumindest Ich glaube ich mache das morgen echt weiter Ich habe da echt Bock drauf Es ist wieder was rausgehauen Ähm Was wollte ich denn machen? Energieversorgung brauche ich auf jeden Fall Aber 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 Was ist das? Und Gerd dann wollte ich genau Wo war denn das noch mal mit dem mit dem mit der Kaufstelle Hier Also die machen wir mal nach unten In den Schlafbereich Guck mal, da schläft der Machen wir uns das hier schön wahrnehmen In der Treppe Wir können uns hier auch unsere Salben machen Sehr nice Aber die Kräuter und so brauchen wir gerade noch So, diese Arbeitsbank Die benutzen wir eh nur Die benutzen wir eh nur Hälfte Würde ich mir jetzt mal hier in den Rand stellen So Hier haben wir mal den Nein Nein, ich habe es verschrottet Ich bin so Oh, nö Alter Hydraulische Presse Für die Munition Ich erst mal hier daneben Und das hier war die Revolver-Kalibrierwerkzeuge Wenn ich erst mal Warte mal, wie dreht das? Okay So Ich muss mich mal hier nebenzustellen So Was mit der Ausdruck ist, weil es natürlich kacke Ist klar Entschuldigung Energieversorgung ist ganz wichtig Die baue ich mir mal hier oben erstmal hin Ich wüsste halt noch nicht wo hin sonst Aber was man machen könnte, weil man könnte unter die Treppe stellen Weil dafür braucht es dann nichts für Platz So Guck mal Es lackert nicht mehr Guck mal, guck mal, guck mal Sehr schön Damit kann man sich schon wieder so ein bisschen zufriedener sein Und Was ich ja noch gerne gehabt hätte Wäre ja Ähm Was zum Gärtnern Wo war das jetzt? Basis-Verbesserung, ne? Ne Wie aus Tasche? Da So, guck mal hier Kräutergarten In der Kiste voller Erde In der wichtigsten Kräuter Schöne wird ausgeresät worden Wo ist es täglich bei der Rückkehr Die Basis an der kleinen Menge Kräuter Für deine Tasche Man sieht schon mal ganz cool Mehr Energieüberschuss Weniger Komfort Wir sind weniger Komfort Ach nee, weil das fehlt mir, ne? Guck mal hier Hier nehmen die Lampe Manchmal so ein paar Blumenkästchen hin Was haben wir hier? Pilze, Gemüse Guck mal hier Guck mal hier So ein paar Blumen hin Ein paar Pilzchen daneben Guck mal Ist doch an sich schon mal ganz schick, oder? Noch hübsch Äh, ja, ich hatte, ähm Warte, warte, warte Da Die drei Sachen hatte ich Aber die hier kann ich noch nicht machen Die Dafür Ach nee, wenn man Bau Laser Schimmmaschinen Die seit dem Preizuschalten Interessen Grau Ganz hübsch Achso, äh, ja, äh Hm Jetzt mal beim nächsten Mal Die gibt Essen dazu Gut Warte auf, so Oliver Yun Oliber Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe nicht so gewusst, dass du so genutzt hast. Ich habe klassische Literatur in der KVK-Kanad. Und mein Vater sehr ließ Schekspira. Ich habe ihn nicht. Und er schützt die Pselle. Ja, jetzt niemand so etwas nicht. Ich wusste, dass du nicht nur ein Kölniger. Ja, ich habe ein paar Sürpriz. Wie auch du. ich würde auch sein wenn ich so studiert hätte und so jetzt aber zu wenig punkte aber dann muss ich halt das neue leute kennenlernen um das neues lernen zu können ob wir märzigkeiten und wir gelernt okay vielleicht noch mal andere gefährten und dann noch was das zu lernen nachher und warte mal was man bekommen könnte dann beim wo war das basisverbesserung bauwerkzeuge okay die machen wir später eher an ihr behälter hey keine bautlichen lage warte mal machen wir hier unten bei den schlafsachen mit hängen glaube ich hier machen wir so ein bisschen wie das zum bauen und so da oben kommt dann eher strom und und gärtnerei würde ich sagen und hier unten ist dann so lagerung futtern und schlafposition so ist durch das erste erst mal erst mal okay 1 2 das regal daneben und machen wir hier nämlich in das regal kommen sachen die heute rein oder pilze und essen dann tun wir den anderen schrank kommen dann so elektrik teile mechanik teile brennbare sachen metallplatten chemikalien das ist nämlich viel lieber mit das bild dann behalten wir auch erst mal noch und hier kann man die munition rein gewähr habe ich sowieso nicht wobei brauche ich wobei ich nicht was das zeig oder wir machen oder so immer immer ach wie cool hier kommt sogar dann ist ein rein 1 2 3 1 2 3 ja wie cool ist das sein auch gestern ist schon wieder mega kohle und die sachen hier und ich brauche das noch nicht mal mit mir tagen um damit zu kraft nur zu kochen anscheinend warte mal wenn ich jetzt hier angehen die sachen reichen so lange sie irgendwo liegen ja das finde ich mega cool das ist sympathisch so wenn ich irgendwie noch an den da würde ich sagen ich speichert das vor dem feiern kong d d